Hallo liebe Freunde und hier ein neues Video und jetzt geht es auf mal in die Stadt Linz. Mal schauen was der Tag so bringt. Ich werde jetzt mal nach Linz in die Stadt gehen und schauen was er bringt der Tag. Ich habe echt keine Ahnung. Ich bin gerade angekommen am Hauptplatz von Linz und da ist Markttag. Habe ich gerade gesehen. Es ist Markttag. Ich glaube es kann man ein bisschen sehen. Jetzt war ich gerade am Wochenmarkt, am Hauptplatz in Linz. Hier auf der Donaulende sieht man das Lentos Kunstmuseum. Das hier vor mir ist, wo der Strauch kommt. Hier sieht man das besser. Das ist das Lentos Kunstmuseum. Das an der Donau ist. Das ist jetzt hier unter dem Lentos. Hier kann man gut sehen, dass das Lentos an der Donau ist. Jetzt mache ich mich auf Richtung nach Hause und meine guten Sachen, die ich eingekauft habe am Markt zuerst, die bringe ich jetzt nach Hause. Jetzt bewege ich mich Richtung meines schönen Zuhauses in Urfa. Hier kann man sehen, das schöne Ars Electronica Center. Wenn ihr mal Zeit habt, schaut hinein. Es ist sehr interessant, das Ars Electronica Center. Es geht um die neue Technik, die es so gibt. Es ist ein Technik-Museum mehr oder weniger, kann man sagen. Es gibt auch ein Kino drinnen, so ein 8K Kino, das ist sehr empfehlenswert. So 3D, 8K ist das, das ist wirklich sehenswert. Wenn ihr mal Zeit habt, schaut vorbei, im Ars Electronica Center. Jetzt werde ich mal warten auf die Straßenbahn, die mich nach Hause bringt. Ich bin jetzt aus der BIM Ost gestiegen und jetzt geht es auf zu mir. Jetzt gehe ich heim. Ich bin zu Hause angekommen mit dem guten Essen vom Markt, das ich gekauft habe und bin froh, dass ich dort war. Ich habe mir echt gute Sachen gekauft, richtig frische Sachen. Ich kann nur empfehlen, wer einen Markt in der Nähe hat, soll dort hingehen und schöne Sachen kaufen. Dann hat er richtig gute Produkte. Jetzt geht es wieder auf Richtung Linz und das schöne Wetter zu genießen. Ich habe die guten Sachen nach Hause gebracht und jetzt geht es wieder auf. Ab in die City zum schönen Wetter. Vor mir sieht man den Bruckner Tower, wo mal die Bruckner Universität war. Da steht jetzt der Bruckner Tower. Ich bin gerade angekommen am Hauptplatz von Linz. Hier kann man sehen den schönen Taubenmarkt. So, jetzt schauen wir mal, ob es hier was zu essen gibt, da ein Kebabmann, falls man es sieht da hinter mir, ob der einen schönen Kebab für mich hat, den werde er mir jetzt holen. So, jetzt habe ich mir einen Kebab geholt und jetzt geht es auf nach Hause. Jetzt muss ich noch schauen, wenn die Böhm fährt und dann geht es auf nach Hause. Hier ist der Kebab, den ich mir geholt habe. Gerade ausgestiegen von der Böhm und jetzt geht es nach Hause. Jetzt bin ich zu Hause angekommen und diesen guten Döner wird es jetzt geben, den gibt es jetzt zu essen, diesen Döner. Hier kann man sehen meinen Kebab, den es jetzt gibt bei mir. Jetzt habe ich einen Kebab verzerrt und muss sagen, jetzt wird nichts mehr Spannendes passieren an diesem Tag und somit werden wir hier das Video beenden. Mhm. Dann.